hallo liebe freunde mit dabei sind wieder der luka von den jess crafters und der erik hallo das liegt nur daran dass der luka jetzt auch auf den server kommt und wer weiß vielleicht gibt es gibt ihn aber ich merke gerade bei mir geht fast alles kaputt was will ich denn jetzt eigentlich gerade man ich habe keine ahnung mein gott ach ich habe ja nicht mehr so leck nur bei mir bei mir leckt gar nichts ich war beim ausbau wir waren gerade an etwas geheimen dran ich habe gehört ein teleporter bei stadt bei irgendeiner stadt einfach nicht karte ist bei mir richtig verpackt gerade kein bock mehr auf mich ich gehe mal kurz zur mobfalle um zu gucken ob sie funktioniert ja ich nehme jetzt mal alle kisten mit war hat kein bock mehr ich würde mal habe ich deine sache noch dabei ich habe die sache noch gegeben die passen gar nicht rein klar deshalb geht's nicht ich bin ein bisschen besser ich habe schon mal mein bett dann direkt oh fuck alter ich habe keinen platz mehr nein oh ein verkiste machen in mein haus eric kannst du mir irgendwie kurz helfen warte kurz ich muss kurz noch alle dinge kurz machen warte kurz oh mein gott ich bin so vorbei halt so bist du denn ich bin gerade bei der mobfarm wir müssen sie wahrscheinlich zuerst mal die machen also ein bisschen ausbessern ok dann muss ich mir ganz kurz meine ganzen sachen wieder nehmen ja wo ist sie denn ich habe keine ahnung wo du ihn gebaut hast welche tür ja ok ich sehe ich schon ah du meinst aha sollt ihr ihn gerade machen mobfalle bin ich gerade am optimieren cool wow macht ihr bei der mobfalle ich habe keine ahnung was soll ich denn da helfen äh stimmt du kannst ja nicht fast gar nicht helfen siehst du ja ach doch 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 mach ein paar schilder ich habe gerade keinen bock mehr am hausbau weiter zu machen ich hole mir meine sachen jetzt die einfach aus wie noch mal dieses zoll zum kisten ähm ein y mit mit stickies zehn dingens müssten reichen oder ungefähr ne mehr mehr wir brauchen viel mehr wow übertreib ok so viel holz wir müssen wir müssen das ding und wasser und das elastic machen ok so viel holz habe ich gerade nicht dabei warte oh alter ich habe voll krass ne was ne nein ich kann ja schon mal ein paar gehen warte ne gib sie mir noch nicht was ist denn los bei euch keine ahnung was ja schon wer viel Behinderung hatte ich hoffe es sich nicht da passiert was ich denke ey was soll ich dich packen noch da oh nein ich habe gerade das ganze holz schon eingepackt scheiße also diese fief manchmal richtig behindert ne nein irgendwie ist unser schad verloren gegangen bei uns sind einfach überall in löcher in haus scheiß auf seine löcher unsere schad sind verloren unser schad ist verloren gegangen jetzt müssen wir wieder 64 zombies killen nein was machst du jetzt scheiße hm ah jetzt funktioniert unsere mob fahren nicht mehr ja toll wir müssen wieder auf 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 zombie jagd gehen ne ja mach ich kein problem guck ich mir gern ein paar xp äh kannst du äh ne ne schon gut also das hier muss weg gerade Nacht ja 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 ich glaube die zombies haben Angst vor uns hier sind gar keine zombies ey die wissen dass wir jetzt eben gleich die Glöten abschneiden wollen so viel spaß dabei ne hm wenn niemand die Glöten abschneiden ich bin nicht gay wow lecker das wär mir aber neu doch neuer ja ja wir haben schon über ein neues konzept nachgedacht wie dann kann ich das mal erklären ne das kann ich nicht doch kannst du mal machen ne ich hab nämlich ne behinderung das ist keine neuigkeit für uns oh er gibt dir alter das ist zurück ja schon ein kleiner hinweis darauf ne was mit dem dessen also ich hab mir jetzt überlegt dass wir uns einfach auf die behinderte weise dessen ey aber nicht so dessen dessen im style von ja also wer hier einen creeper explodieren lassen hat den mach ich auf jeden fall platt weil das war der kai ja ja aber gar nicht alleine aufgenommen das ist passiert wo ich dabei war ne nein spaß ich weiß nicht mal was du meinst hier ist einfach ein Loch mittendrin warum ist es bei uns eigentlich so ein fettes Loch die fetten Löcher sind wegen mir meinst du ok gut meinst du das ah ich fall immer runter man fick deine mutter slang behindert wenn ich du bist behindert ja das auch ich habe nichts neues was ich habe nichts neues was ich habe nichts neues ich behindert bin da hast du recht ja glaub ich ja oh ich habe ein weißt du was eric nein am besten du machst jetzt das lager mal schnell zusammen drauf in der dimension nicht gut die sachen gehören nicht mal alle mir aber egal sind jetzt mal äh oh wo ist ich denn schon mal die Bücher sind alle meine ne joo ich hab die Sternschnuppe ich hab dir deine sachen aussehen wiedergegeben nicht alle doch mir fehlt ein buch hört jetzt trotzdem wir kommen doch ein kemich nicht ein buch sondern mehrere bücher mir fehlt eine tasche also ein rucksack ja kann ich dir geben du kriegst einen pinken pink der passt wo bist du denn gerade aber komm ich muss mal direkt vorbei ja mach du das ja mach ich auch in welchen Moment muss ich denn da nochmal weiss jetzt konzentrieren mal fliegen ich höre dich glaube ich oder ne ich höre deinen ingame sound ja ja mach es doch wie ich ich habe jetzt iphone kopfhörer genommen und ich habe das headset drüber ja ich habe immer ein behindertes echo von dir wenn ich rumschreie ja wenn ich rede wo ist denn euer portal hier welches portal bei stadtblau ha sag ich dir nicht hast du gern ja wo ist das denn sag doch man ich also hier ist ein freeseride meteor eingeschlagen ja das ist bei uns in der nähe auch hab ich aber keinen bock jetzt abzubauen du hast du die schilder erik ja ich bin mir gerade ich bin gerade im raum es ist in der nähe vom nether portal in der schlucht in der schlucht ne 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 ist noch in der stadt drin in der stadt drin oder gehört noch zur stadt das nether portal das portal zu euch ne ich verstehe nicht wo ist euer portal jetzt unser portal ist ähm äh an der an der an der kante warte ich ich komme gerade rüber oh ich glaub ich hab's gefunden ja ich hab's gefunden ein stern ja ich bin durch die andere tür hin äh das dort darfst du nicht rein du darfst gar nicht rein das wäre als würdest du das wäre als würdest du kisten öffnen nein du darfst das nicht ich darf türen öffnen ja türen ja aber wenn es eine teleport wenn es eine teleporttür ist ne 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 aber wenn ich sage du darfst dort nicht durch dann darfst du nicht dort durch ja klar ja wo hast du die schilder gelassen oh hier hab aber jetzt nur 19 aber warum hab ich den jetzt schon wieder morgen ja gib mir mal einen pfeil irgendwer hat den backpack jetzt gibt einen pfeil so die müsstest du jetzt alle haben ey gib mir mal einen pfeil warte mal hier ich hab keinen pfeil alter aber warum kann ich denn diese ah dankeschön für den lime green backpack ne äh der ist doch dir hier ne das war deiner luca das war meiner gib her ich kann den nicht aufheben wenn der meteorit da hinten liegt er doch geh mir geh mir äh du hast mir den wiedergeheben kann ich nichts dafür ach das liegt an den ah ok jetzt verstehe ich ja das ist ein bisschen behindert ja nimm auf der liegt da ja ich habe ja auch nicht die ganze rüstung an er gut möglich ja ne eric du hast zu wenige schilder gemacht er weiß ich habe ich doch gesagt wo sind denn meine dias hin was läuft bei dir alter was ist denn wie schließt du mich an scheiß mich nicht von oben an eric eric ja gut eric wo bist du tja ich bin grad am arsch ne ich bin grad unten bei denen da wo du hin darfst ne du darfst da nicht hin doch ich kann ja einfach reinfliegen ist ja kein dach drüber du kannst du darfst da nicht rein da ist eine tür tja welche tür nimmst du alter bei mir ist alles schwarz heiligkeit auf maximum vielleicht nein das ist verbuggt wegen meiner dingens das ist einfach nur alles schwarz ne bei mir nicht achso eric ist bei dir beim anderen raum auch alles schwarz bei welchen denn bei dem in dieser tür links oder rechts da wo du die werkbank gesetzt hast äh ja mehr oder weniger eigentlich dürfen wir ihm den raum zeigen ne weil er darf ja nicht aus dem kisten nehmen komm her komm da nicht rein alter ich seh nix das ist ne tür rechtsklick und dann rein ich kann nichts erkennen hier fast geh auf options video settings nein das liegt nicht daran dass das so dunkel ist ich kann nur in eine richtung gucken warte ich guck mal egal ich bin jetzt einfach rausgegangen äh wahrscheinlich hast du ich weiß nicht woran das liegt warte der server lädt wieder nicht ne der server sollte eigentlich jetzt gut laufen also ja aber der lädt wieder keine chance bei mir dann liegt das an dann liegt das bei dir dann liegt das an dir weil bei mir lädt er bei mir lädt er bei mir lädt er ja wo haben wir holz hast du lecktest schon gemacht so rumfliegen ja ja und sollte nicht mehr lecken die haben noch etwas umgestellt was denn an den experten optionen irgendwie maximale leistungs ähm leistungs keine ahnung was haben wir gar kein essen mehr hat dir das gesagt hä wo ist das ganze essen wo schon die haben das ähm per mail geschrieben ich hab denen ich hab denen geschrieben sie soll mir einen einen detaillierten bericht ähm schicken ey warum bin ich nicht mehr op ist niemand mehr op ich hab allen weggenommen ja mach mal regen aus alter ja dann das kannst du mit optifine einstellen du idiot nein geht bei mir nicht was geht denn bei dir ab alter wahrscheinlich hast du ne alte optifine version drin ne für den brauchst du jetzt noch ähm hier holz oder ne ne hab ich jetzt alles gemacht gut ach ja ich hatte holz im inventar ne ganz in talent ganz in talent ich weiß mal ein paar kartoffeln an fang da mal an mein dach zu bauen hier ey rote auf seine tasten kann sein es sich ist gerade war tomlet nein es gibt kein tod mir leid dann nicht das akzeptieren wir nicht fern wo solchen die kartoffel farm hin bauen wieso ne kartoffel farm ja keine ahnung weil kartoffeln sind irgendwie ein bisschen geil ah ne das waren karotten oh mein gott hab ich karotten keine ahnung weil wir haben kein essen mehr und deswegen wollte ich jetzt einfach ein paar sachen anbauen äh hoffen auch möhren die möhren sind geil ja aber ich glaube wir haben gar nicht so viele möhren aber ich habe mal eine in der kiste gesehen boah alter ne gib mir diese auf den sack dann guck ich doch mal kurz doch hier haben wir sogar wirklich sieben möhren wie lange können wir noch aufnehmen ich glaube nicht mehr lange wie du einfach mal den fragst der gar keine ahnung hat wir sind jetzt bei 17 minuten ungefähr ja ach alter das wasser ist voll verpackt überlegen vielleicht mache ich ohne texture pack weiter mach doch was du willst ja aber das faktisch ich weiß nicht ob das nur am texture pack liegt oder auch an was anderem denk eben nicht erik kannst du nicht nehmen deine tastatur muten ok ne jetzt kann ich es aber grad wirklich nicht äh gewesen sein weil jetzt habe ich grad sogar darauf geachtet dass es nicht laut ist und es war auch nix bei und bei dir hat man es aber gehört ja ja ich habe es auch gehört ok das ist ein bisschen gay ja wie soll ich denn die tastatur muten du oh drück den mute knopf dann kommen keine tastengeräusche mehr hihihi puh hier sind wir ganz leise zu machen oder du gehst auf ähm kick spieler aber nee kill nee slash kill musst du machen genau da ging das ja da ist die tastatur gemütet das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen gay ne ja ja fielern was planst du noch auf deinem kanal was planst was ich plane ja was ich plane illegal pornos hochzuladen ja von wem von mir selbst oh ne so keinen erfolg mit haben was und easy hör auf alter nur schon wenn du diesen namen sagt ich raste eric sag mal den namen warte ich hab den namen schon vergessen was anderes ich hab gerade nicht zuhört oh jetzt hast du aber beef mit ihm oh jetzt haben wir beef oh man ich will einfach zu euch kommen und euch töten ich würde euch beide töten aber weißt du was das geilste ist das alles gehört zu unserem rathaus auch das in dem teleport in der teleport tür ja aber nicht die das was hinter den türen ist doch doch das lager gehört gehört noch zum rathaus das ist nämlich in der anderen welt andere dimension aber die gleichen koordinaten doch andere welt ist eine andere welt nur das rathaus beschützt solch halt ein schnaufer gut dann darf niemand hier rein und ohne 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 die erlaubnis dürfte nicht durch diese tür kommen na klar wenn sie nicht zugebaut ist darf man durchgehen wenn sie in unserem rathaus ist dann darf niemand rein und ich sehe gerade schon seit 20 minuten auf und ich ich suche etwas und ich weiß nicht mal was ach eisen habe ich gesucht genau halt deine schnauze halt deine schnauze geht klar ja bei mir ist die folge dann mal vorbei ne ja bei mir auch sofort ja ich bei mir auch jetzt gleich so ja oh minecraft will nicht diskonnecten gerade ja die gays haben mich gemovt aber ja 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 wir haben heute ein bisschen mehr geschafft als sonst also ihr seht ausnahmsweise mal alles nur weil ich so produktiv bin ja genau und ja ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder lasst ein abo da wenn es euch gefallen hat dann daumen wäre auch nicht schlecht einen kommentar wäre auch nicht schlecht und mach gut tschüss 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 tschüss